Es ist mir heute ein besonderes Anliegen, dieses Gedicht in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus zu verlesen. Der Name ist Memento aus Verse für Zeitgenossen für Masha Kaleko. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tasse ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches wieder fuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie 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 das Gehen schmerzt. Untertitelung des ZDF, 2020